Der wird gespeichert... Ba 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 ba... Ba ba... Okay... Na hier war doch der Giles Traum! Und runter springen die Treppen! Dann fallen mir auf die Fresse! Ah, meine Nase! Lalalalalalalala... Soll ich jetzt in Magistka gehen? Oder in Giles Traum? Ach, ich erfahre in Giles Traum rein! Ja, was ist denn hier los? Set muss Prime, was geht! Maya ist in Giles' Traum eingedrungen, aber er scheint nicht passiert zu sein. Giles ist zusammengebrochen. Maya sagt, er hatte auch ein Albtraum, so long wie die anderen. Ja, ist mir doch egal. Hey, wo guckst du hin, Kicher? Ich habe mir geahnt, dass Giles dieses schreckliche Schicksal einwürde, aber ich bin trotzdem verzweifelt. Ja, komm hier. Ich bitte dich, Alondra, bitte dringend. Bla, bla, schon so spät, aber versuche es trotzdem. Ich kann einfach nicht mal sehen, wer ja stirbt. Ich weiß. Ja, genau. Sehen wir, was er wirklich gesagt hat. Genau. Bla, bla, Hoffnung. Bla, bla, Einzige. Müsst du suchen, ihn zu retten? Ja, muss ich ja wohl. Vielen Dank, Alondra, mögen die Götter mit dir sein. Ach, die Götter, ey, die können schon am Arsch lecken. Sei vorsichtig, Alondra, wir wissen beide, was passiert, wenn Giles stirbt, während du in seinem Traum bist. Ja, dann sterbe ich halt auch. Also, dann bist du bereit, den Albtraum und so? Jo. Ist ihm aufgegessen worden von seinem Traum. Mal sehen wir es bei ihm. Äh, was ist denn das? Kackhaufen oder... Bäh. Bäh. Bäh, guck dir euch mal die Wände an. Bäh, was träumt ihr da? Träumt ihr, der wäre im Inneren von einer Kackwurst, oder? Bäh, 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 bäh. Ne, ich glaube, hier musst du mal nicht hin. Hopp, hopp, hopp. Und wieder den ganzen Weg hoch, 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 hoch. Ich gehe erst mal lieber in den Türen rein, bevorstehen. Oh, was... Aha. Das soll mich jetzt aufhalten, oder was? Diese komischen Schleimköpfe. Und dann noch dazu... Oh, wie schwer. Aha, und jetzt? Oh, was ist denn das? Was ist denn das? Boah, die halten... Die halten hier so ein Kameh-H aus. Kameh-H! Hi, Juken! Die lassen irgendwas fallen, was auch stirbt. Oh, das schadet mir auch. Sterb! Ja, komm. Und tot. Oh, ach so, Phantome. Ja, stirb. Ah, wie einfach. Komm, greif mich an. Ah, hallo. Ah, verdammt. Wow. Alter, was soll denn das? Was bist du denn da eigentlich? Hopp. Boah, ich bin erschrocken, ey. Oh, du willst jetzt Geld. Komm, stirb. Wo ab, Mann? Du machst mir voll Angst, ey. War klar, Jai's will mich nur umbringen mit seinem Traum. Komm. Oh, Mann. Es bleibt ja in der Ecke. Da traue ich keinen Kisten mehr. Okay. Gut, dass die Schalter dahingetan haben. Ich wusste das bestimmt schon. Ist jetzt eigentlich dieser Block da weggegangen? Oh, Tatsache. Haha, wie geil. Ja, wie soll ich bitte da hinkommen? Au. Ah. Geht der kaputt? Ich hoffe nicht. Hehehe. Na, da muss man wahrscheinlich schnell sein. Komm her. Oder ich besiege den einfach so. Bleib da, bleib da, bleib da, bleib da. Komm. Ah, okay. Irgendwas hatte ich geöffnet. Ich bin gespannt, was sich geöffnet hat. Wahrscheinlich hier runter. Ah, äh. War ja nicht eben was anderes. Das ist unheimlich. Oh, oh. Okay, das war richtig. Okay. Na gut, na gut. Äh, dieser Traum macht mir Angst, wirklich. Dab, 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 dich auch. Dab, dab. Ja. Wow, hat mir getan. Hä? Ja, gut, dass wir mitten auf den Dingern ist ein... ...ne Truhe. Was denn hier? Ein Kraut? Okay, gut. Ähm, kann ich eigentlich auch. Ah, alter. Geht er weg? Okay, wenn ich einmal getroffen wurde, kannst du das auch nehmen. Klar, ey, was für Ironies das denn? Ich finde auf dem, äh, dass es weh tut, finde ich Leben. Ja, was soll ich denn jetzt hier unten? Ja, ist hier irgendwas oder was? Also, ich sehe nichts. Ah, fail. Fail. Gut, zurück, zurück, zurück. Da lang, da lang, da lang, da lang. Okay, kommt mal zurück. Ähm... Hä, was ich bin... ...ähm... 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 ...alsam regt mich das auf. Nur, weil ich so blöd bin hier. Dab, 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 dab. Dö, 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 dö. Vielleicht kannst du auch hier rüber? Ja, gut. Gehen wir erstmal hier rüber. Also, das kann man nur nach rechts schieben. Dann machen wir es auch. Aber hier ist nichts. Ach, okay, ich hab's verstanden. Wartet mal. Ach, nö. Vielleicht kannst du es ja mit diesem, ähm, das hier. Nach vorne hauen. Ey, wie soll ich hier rüberkommen? Das ist, glaub ich, extra so gemacht, dass man da reinläuft, ey. Das ist ja voll dreist vom Spiel. Ja, komm, hüpfen, tüpf an andere. Ja, gut, also. Boah, ich mag die Waffe aber nicht. Irgendwie. Das ist so langweilig. Gut, rüber. Man kann diese komischen Dinger nicht, ist nicht da. Gut, versuchen wir es mal aus. Nein, leider nicht. Vielleicht so. Nein. Ja, fallen im Bogen wahrscheinlich auch nicht. Bombe. Ne, wort man? Hm. Aber was ist denn, wenn man darüber kann, wahrscheinlich? Ach komm, lass mich mal. Ist hier irgendwas? Außer Leben. Hopp. Ne, das ist ein Sprung in den Tod. Ja, in den Tod. Auf die... Oh, diese kleinen, miesen Stacheln. Da guckt, ich kann nicht rüber. Hopp. Das ist... Da. Das ist kacke, ey. Gut hoch. Hopp. 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 Du, 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 du. Gut, ja. Ja. Hoch. Okay. Da ist schon mal eine Tür wieder. Was ist denn das hier? Speicherpunkt. Kann man das jetzt hier machen? Tatsache. Bam, 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 bam. Jo. Speichern wir erst mal. Ja, machen wir. Mach hinbar. Die Memory-Karte wurde überprüft. Überprüft. Ja, komm. Überprüfe schneller, man. Meine imaginäre Memory-Karte in der PC hier. Giles-Rettung. Es kommt wieder der Schrei. Oder? Nein. Der Schrei ist immer am gruseligsten am ganzen Albtraum. Oh, Entschuldigung. Am ganzen Albtraum, ey. Dieses... Bam, tot. Okay, hier ist sonst nichts. Komm, lass hauen. Aber. Er ist nach rechts. Jetzt. Ich finde das gruselig. Boah, das sieht gar nicht gut aus. Ach, das frisst ab, ey. Nein. Du Sau. Haha, trotzdem ausgetrickst. Boah. Ey, erschreckt mich nicht immer so eine verfickte Trommel. Giles, mach das extra, ey. Nur weil er mich nicht mag. Komm, hoch. Ja, komm, ich kann gar nicht aufladen, bevor ihr kommt. Hoch. Los. Stellt euch wie ein Mann. Okay, ich hab den getroffen. Ja, komm, hoch, Mann. Ja, hallo, bist du nicht verarschen? Komm, hoch. Bisschen Pinball, oder was? Endlich, ey. Was geht denn hier ab? Och, nö. Also, einer leuchtet schon mal. Falsch. 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 . Untertitelung des ZDF, 2020